Jetzt haben wir für Sie einen Breaking Deal und das bedeutet, wir haben hier ein Produkt, was Sie zum Selbstkostenpreis bekommen. Das ist der absolute Wahnsinn, bedeutet hier also, Sie haben hier einen richtig guten TV-Sonderpreis. Das ist einfach so ein kleines Dankeschön an Sie, weil wir wissen, momentan ist unser Programm hier bei Pöll TV sehr solarlastig und da wollen wir jetzt mal eine Abwechslung schaffen. Und da haben wir was richtig Leckeres, wenn Sie wüssten, wie es hier schon riecht, es ist ein Träumchen. Wir haben hier nämlich einen 6 in 1 Waffelmaker, aber der kann eben noch viel, viel mehr. Wir haben hier Mini-Donuts mit dabei, habe ich schon gesehen. Du warst hier auch schon sehr fleißig. Ich war sehr fleißig, ja. Es geht kinderleicht, das ist ein 6 in 1 Mini-Snackmaker. Wir können Donuts, wir können diese Madeleines machen, wir können Cakepots mitmachen. Ich habe das mal hier hochgetan. Das ist der 6 in 1 Snackmaker, den wir hier haben. Ich habe den mal vorgeheizt, schon vorhin schon eine ganze Menge gebacken hier, Sie sehen das. Ich will Ihnen mal zeigen, wie einfach das geht. Er hat Einlegebögen und ich habe jetzt hier mal diese Mini-Donut-Einlegebögen genommen. Dann nehmen Sie ganz normalen Pfannkuchenteig, also es ist wirklich kinderleicht. Das ist natürlich anti-haft beschichtet, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Dann füllen wir das hier gleichmäßig ein. Und dann mache ich es zu und dann müssen wir ein paar Minuten warten und haben dann fantastische Donuts für Sie. So, das ist erstmal das Prinzip. Ich zeige Ihnen mal die ganzen Einlegebögen, die wir dafür haben. Das finde ich total cool. Das ist ein Eiswaffeln-Maker. Oh, lecker. Da kannst du also, wenn du Eis hast, das willst du nicht auf dem Teller servieren, das willst du hier in diesen schönen Schalen servieren. Das ist natürlich alles anti-haft beschichtet und es reicht wirklich ganz normaler Waffel- oder Pfannkuchenteig. Hier haben wir diese Cake-Pops. Kennst du die? Ja, die kenne ich. Die sind super lecker. Das sind diese Kugeln, an so einem Eisstiel fast schon, kann man sagen. Die kosten einem Schweinegeld, weil die halt auch so lecker sind. Die können Sie jetzt selber machen. Hier haben wir mal ein paar schon gemacht. Natürlich, Waffeln können Sie auch damit machen hier. Dann haben wir hier diese, ja diese runden, erzförmig, nicht herzförmig, diese Donuts. Wie so Blümchen. Ja, wie so Blümchen-Donuts. Sieht schön aus. Und wir können sogar Madeleines machen. Oh, lecker. Das ist so dieses französische Gepäck, was gefüllt ist mit Schokolade, Marmelade. Du kannst hier komplett kreativ werden. Ich habe hier mal ein bisschen Schokocreme, ein bisschen Erdbeermarmelade und ein paar Nüsse dazu getan. Das können Sie alles mit diesem einen Gerät machen. Ist total lecker und super einfach. Was glauben Sie, was das für ein Spaß ist, wenn Sie den auf den Tisch stellen und jeder macht sich da seine eigenen Donuts oder was auch immer. Sechs verschiedene Sachen können Sie damit machen. Einfach den Boden wechseln und dann haben Sie hier schon Ihr Gebäck. Ich will jetzt mal die rausnehmen. Das müsste nämlich schon fast reichen. Boah, guck mal, wie lecker die schon aussehen hier. Sieht so gut aus und es riecht auch noch viel, viel besser, als es hier fast aussieht. Sie ist wirklich der Wahnsinn und Sie können natürlich das platzieren, wie Sie wollen. Ich finde es immer schön, vielleicht auch mit Schokosoße, vielleicht mit Marmelade, mit Nüssen, vielleicht auch mit bunten Streuseln. Also ich habe das auch immer geliebt als Kind, aber auch jetzt noch. Vielleicht auch mal eine gute Nachspeise nach dem Grillen oder so, wenn man das dann nochmal mit der ganzen Familie macht. Ja, vor allem es macht so einen Spaß, weil man hier eben, ja, Waffeln kennen Sie, die machen Sie auch gerne zu Hause. Was das für ein Spaß ist, mit Kindern, mit der Gesellschaft zu machen. Und hier mit unserem Snackmaker können Sie eben nicht nur Waffeln machen, Sie können alles, was wir Ihnen hier gezeigt haben, ganz, ganz einfach können Sie hier durch diese Einlegeböden die verschiedensten Gerichte machen. Hier diese Eiswaffeln, ich finde die Eiswaffeln eben toll. Wir haben jetzt hier kein Eis im Studio. Oder hier diese Cakepops, das sind die Kugeln da unten, die ich gemacht habe. Donuts machen wir gerade. Und hier diese, ja, ich weiß gar nicht, wie die heißen, das sind diese Donuts, die so ein bisschen sternförmig aussehen. Die sind hier, damit haben wir die gemacht. Und dann ganz einfach Puderzucker rüber. Und damit hat man einen hervorragenden süßen Snack. Bist du eher süß oder bist du eher herzhaft? Ne, ich bin eher süß auf jeden Fall. Und auch mal hier richtig schön, dass wir hier die klassischen Waffeln einfach auch dabei haben. Finde ich auch immer sehr, sehr lecker. Vielleicht noch mit heißen Himbeeren und dann Vanilleeis dazu. Och, das könnte ich mir jetzt auch richtig gut vorstellen. Das ist doch wirklich richtig lecker. Sie haben hier sechs verschiedene Formen. Sie können einfach auswählen, auf was Sie gerade so Lust haben. Vielleicht auch mal mit den Enkelkindern zusammen. Das macht wirklich richtig Spaß. Und das Einlegen ist ja auch richtig einfach von diesen Platten, oder? Ja, das Einlegen ist richtig einfach mit diesen Platten. Ich nehme mal die Donuts hier raus. Es ist eben das Schöne, dass wir hier wirklich ganz einfach hier durch diese Einlegeplatten die Sache sehr, sehr einfach machen können. Werden Sie kreativ. Holen Sie sich Ihre Zutaten, die Sie mögen. Egal, Sie können sogar herzhafte Sachen damit machen. Und dann ganz einfach hier mit Nussstreuseln rüber, mit der Erdbeermarmelade oder mit Schokocreme kann man hier richtig kreativ werden und viel, viel Spaß haben. Ja, also am besten hier direkt bestellen. Wie gesagt, das ist unser Breaking Deal. Haben wir hier zu einem spitzen TV-Sonderpreis für Sie von 25,99 Euro. Sie bekommen hier wirklich einen 6 in 1 Snackmaker. Da werden alle Wünsche, glaube ich, erfüllt. Wie gesagt, vielleicht einfach mal so leckere K-Pops machen. Vielleicht auch mal die schönen klassischen Waffeln. Einfach das, worauf Sie Lust haben. Und das, wie gesagt, hier zum TV-Sonderpreis. Also wir sind hier auch schon sehr am Gange gewesen vor der Sendung. Und Ingo hat mir verboten, schon was zu essen. Ja, ich glaube, jetzt kannst du essen. Ich mache die hier ganz frisch für dich. Was möchtest du denn draufhaben? Ich würde ein bisschen Marmelade gerne nehmen. Bisschen Marmelade. Nicht gleich alles auf einmal. Marmelade und Schoko und Nüsse. Nee, gerne Marmelade. Also Sie sehen, wie einfach das geht. Vor allem wie schnell das geht. Ich habe die hier am Anfang der Sendung rauf gemacht. Einfach ein bisschen Marmelade. Zur Optik tun wir dann noch ein bisschen Puderzucker und Nüsse rauf. Das sieht einfach toll aus. Geht kinderleicht. Können Sie selber ganz einfach machen. Und das ist dann einfach ein Genuss. Ich gebe dir mal eine Gabel hier. Oh ja, danke. Dankeschön. Also, holen Sie sich hier tatsächlich unsere 6 in 1 Snackmaker. Super, ne? Echt sehr lecker. Gerade wenn es so frisch ist, schmeckt das doch auch besser als aus dem Supermarkt oder so. Und man kann dabei auch noch kreativ werden. Sie können all diese Formen benutzen. Die bekommen Sie alle mit dazu. Heute zum Selbstkostenpreis. Das ist einfach lecker und macht richtig Spaß. Ja, für nur 25,99 Euro können Sie Ihre Kreativität freien Lauf lassen. Und ich esse hier auf jeden Fall gleich nach der Sendung auch noch weiter. Aber jetzt sage ich Ihnen erstmal gerne die Bestellnummer. Das ist die NX 6921 und die 569. Und wir schauen uns gerade mal den Preis bei den Kollegen an bei Pearl.de. Und dort sehen wir, wir sind bei 57 Euro. Sie bekommen hier eben unseren Breaking Deal. Bedeutet, das ist einfach ein Dankeschön an Sie. Und Sie bekommen hier unseren Selbstkostenpreis. Und da sehen Sie mal diese Preisersparnis. Das ist ja ordentlich. Ja, ich habe schon die nächsten Ladungen reingelegt. Gleich nach der Sendung wird das hier verteilt an die Kameraleute und die Redaktion. Ich höre schon, die Nachfrage ist sehr groß. Den Teller schnappen wir uns. Sie können so viel machen, wie Sie wollen. Ganz einfach mit Pfannkuchenteig. Den kann man auch, glaube ich, schon fertig kaufen, wo man dann nur noch Milch dazu muss. Im Supermarkt reinschütten und dann hier ganz einfach in diese Formen gießen. Und dann können Sie Ihre eigenen Cakepops machen. Ihre eigenen Eiswaffeln. Eiswaffeln oder eben Ihre Donuts oder Waffeln. Fantastisches Produkt hier heute zum Selbstkostenpreis. Selbstkostenpreis. Ja, machen Sie das vielleicht auch mit Ihren Enkelkindern zusammen. Vielleicht steht jetzt auch bald ein Geburtstag an. Also ich finde das wirklich richtig clever. Und das eben hier für nur 25,99 Euro können Sie sechs verschiedene Plätzchen hier quasi machen. Waffeln, Cakepops, das ist alles dabei. Diese schönen Madeleines, die liebe ich auch immer. Sind super lecker. Vielleicht auch mal auf einem Sonntagnachmittag einfach schön für die Caférunde für alle machen. Das ist doch super klasse und das kann einfach jeder. Man kann es ja auch auf den Tisch stellen und jeder kann sich seine eigenen Sachen machen. Ja, ich finde das auch toll. Diese Mini-Donuts, du hast ja gerade einen gehabt, die sind schön klein. Wenn die direkt hier rauskommen, sind die sehr heiß. Einfach mal mit einer Kugel Vanilleeis. Lassen Sie Ihre Kreativität freien Lauf. Es macht einfach Spaß hier. Ich liebe diese süßen Sachen. Ich könnte mich nur von Süßen ernähren, glaube ich. Und das ist ein richtig tolles Produkt, was Sie heute zum Selbstkostenpreis bekommen. Bei uns, Spezial, danke für Sie hier, diesen tollen 6 in 1 Snackmaker. Mit der Enix 69,21 und der 569 können Sie sich den jetzt gerne direkt nach Hause bestellen. Und das zum TV-Sonderpreis von nur 25,99 Euro. Und das ist doch mal ein richtig schöner Nachtisch vielleicht, wie gesagt. Vielleicht auch nach dem Grill. Guck mal, wie toll die schon aussehen wieder hier. Der eigene Bäcker sein, das macht richtig Spaß. Ingo, du bist auch gar nicht mehr aufzuhalten hier. Ich bin gar nicht aufzuhalten. Wie gesagt, ich habe einiges zu tun. Unsere Kameraleute, unsere Regie, unsere Redaktion, alle wollen was davon haben. Jetzt lege ich los hier. Legen Sie auch los und machen Sie auch Ihre eigenen Cakepops, Ihre eigenen Donuts, Ihre eigenen Waffeln, Ihre eigenen Eiswaffeln. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt hier mit unserem 6 in 1 Snackmaker. Also am besten nicht lange zögern. Ich bin mir sehr sicher, die Nachfrage wird enorm groß sein, weil Sie hier eben unseren Breaking Deal haben. Für 25,99 Euro bekommen Sie unseren 6 in 1 Snackmaker mit der NX 69,21 und der 569. Und dann wünsche ich Ihnen guten Appetit. Und dann wünsche ich Ihnen alles.